Wussten Sie schon, dass Royal Caribbean International auch nach Down Under kreuzt? Auf unserer Fahrt nach Australien und Neuseeland und mit unseren Cruise-Tour-Routen werden Sie an Orte gelangen, die weltweit unverwechselbar sind. Nichts lässt sich mit einer Ankunft im Hafen von Sydney vergleichen, wenn Sie die Hafenbrücke unterqueren und die Oper von Sydney passieren. Nun wartet die Erkundung des Great Barrier Reef oder des Milford Sound auf Sie. Reisen Sie zu den Maori, gehen Sie in natürlichen Flüssen Fliegen fischen oder bestaunen Sie in Ruhe den Uluru. Warum nicht von Melbourne nach Tasmanien, Queensland oder Neuseeland reisen? Kreuzfahrten mit Royal Caribbean sind unvergessliche Erlebnisse. An Bord genauso wie ein Land.